Diese Quallen sind auch irgendwie süß, ne? So, dumm dumm. Checkpoint. Oh Gott, ich frage, wie was hier abgeht, wenn hier alles in Bewegung ist. Oh, das ist einfach Sieg mit Münze Nummer zwei. Okay, wir gehen speichern, Leute, wir gehen speichern. Oh, verdammt, ich dachte, er dreht noch eine Runde weiter, aber hat er nicht gemacht, Mann. Lely ist schon wieder tot. Die Dinger sind mies, ey. Oh Gott, er wird sich alle nachher bewegen. Das kommt noch einer hier, hübs. Och Mann, der rutscht immer so durch die Stoff weg. Münze habe ich, ne? Wurde, ja, gesehen. Wow. Da, 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 da. Wie die Pflanzen hier wachsen können bei den ganzen ekligen Etz-Zeug ist mir ein Rätsel. Aber irgendwie scheint es zu gehen. Da, 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 da. Und in den Turut. Da war schon der Checkpoint, ey. Aber nö. Nö. Gibt's ja wohl nicht. Was? Mann, ich hab da oben gedrückt. Oh. Das ist ja auch nicht, man muss ja ernst vorsichtig sein. Der hält sich nicht immer fest, wenn man's gerne möchte. Oder er ist halt so ein bisschen, so ein bisschen später. Wenn man schon längst nach oben drückt. Vor allem, wenn die so knappe Sprünge sind. Ey, der fällt dann auch immer. Man kann's nicht richtig hoch abspringen. Jetzt wird natürlich sobald ich es schon nach oben drücken. Oh Gott. Lady, komm her. Oh, meine Lady. Lady, warum bist du so fies? Oh, shit. Boah. Ding, ding. Der Kotzt-Typ. Oh. Oh. Toll. Ich hätte es wieder abpassen müssen, besser. Ach so, da muss ich lang klettern. Oh. Oh. Aber da unten. Oder? Jetzt wird ich irgendwie. Jetzt wird ich sie gut, aber... Äh. Ach so. Sie sind da geduckt drinnen. Toll. Warum hat das eine Ding dann gesagt, nach links? Oh Gott, wie schnell. Ich sehe doch nichts. Okay, der bringt eh nischt. Na mal schon viel Zeit. So, lass mich erst mal hier lang gucken. Na gut. So ein bisschen bekannt, kommt einem die Mucke aber vor, oder? Äh, was zum... Ach, hier ist die versteckte Glocke. Cool. Richtig versteckt. Der hat nach links gezeigt, ne? Ich kenne mal kurz, wenn ich hier rin kann. Nein, gleich nicht. Meine Fresse, ey. Natürlich. Man, Lely ist schon wieder tot. Ich kann unter Wasser nicht schießen. Verdammt. Warum bist du so eine Bomben? Weil ich hier nicht benutzen kann. Unter Wasser jedenfalls nicht. Richtig durchgespruggled, einer. Oh shit. Lady, komm her. Da sind wir auch hier ne Tür, die auffegen, ne? Haben wir ja schon mal probiert. Oder warte mal, doch. Na gut. Ich bin ja nur wieder selber gekillt, aber ist okay. Der Platz zum Manövrieren war leider zu beschränkt. So, ich hab die aber, die dritte Münze von da unten hab ich gecashed. Er steigt ihm über die Olle Suppe hier. Da steigt ihm über die Olle Suppe hier. darum geht es auch jetzt werden sie gemein wo kommt er denn her man stand ja schon immer da so dann bewegen wir mal den arsch was machst du wie ein drückchen vor nach oben der ist da diese fahrheit auf der anderen seite das gesehen das spiel hier alles klar auf der anderen seite Ah, jetzt kommt sie gestorben. Okay, jetzt komm. Alter, halt dich bloß fest, ey, du bist schade. Checkpoint. Erst mal wieder Boden küssen, weil ich nicht, ich kann es nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Man, er hält sich nicht mehr fest, denn ich sollte schon längst mal wieder nach oben. Oh, jetzt ist es komisch hochgekrabbelt. Oh, Mann, nee. Und war es das wert? Nö. Natürlich war es das nicht. Oh, nein, ist wieder sowas. Okay, puh. Ich dachte schon jetzt wieder bei sowas dann Ausschau halten nach einer Münze oder so. Was machst du so? Ich habe die Magnetfähigkeit. Da lache ich als letztes. Ja, letzte Münze. Jawohl. Oh, wir haben es geschafft. Wieder ein Level complete. So. Äh, Stingwin ohne Herz. Mm, 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 so richtig gönn. So. Jetzt halt mit Turbine an. Mm, mm, mm. Meine Väter muss noch das letzte Level da. Dann sind alle Level offen. Gucken, ob wir da auch noch irgendwie einen Erfolg kriegen oder so. Oder bezeugt einer Bescheidsach vorwiegend. Alle Level offen. Mm, mm, mm. Tut mir leid, Leute. Ich musste niesen. Tut mir leid. So, jetzt bin ich aber echt spannend, Alter. Man, der Nies-Emote im Chat. So sinkt ihr nicht. Seht ihr mir immer Gesundheit. Ich weiß. Dum, 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 dum. So, jetzt, was heißt das jetzt an? Angetrieben. Weißt du jetzt einfach, alles ist mega schnell. Oder man, der hat ja schon mal so was von wegen quasi angetrieben. Level spielen. Schön, die Fabrik läuft. Weißt du, wird die so schön? Okay, es ist hier etappenweise. Oh, aber ich glaube, dafür ist, dafür ist die Gift weg, oder? Oh, mein Gott. Ach so, das Wasser ist jetzt nicht mehr Gift. Das Wasser ist jetzt Strom. Och. Ich dachte, ich kann es nicht schön so schpadum, schpadum. Nö. So, ich speichere, warte dir an. Das war die... Ja. Wir machen jetzt mal Sport. Ich weiß, ich soll euch hier mal kurz mitrollen. Vielleicht kommt aber was nicht. Nicht nur die Federn, sondern noch was anderes zum Vorschein. Mal gucken. Nö. Oh, der Hintergrund, ey. Richtig cool. Jetzt geht's hier. Win, Alter. Okay, Alter. Da muss ich kein Wasser berühren, ey. Alter, richtig Sirene, Alter. Yushiro, danke schön, dass du ein Abo dalässt. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das ist ja irgendwie trotzdem Schiss, dass hier irgendwie eine Münze oder sowas halt mit hochkommt, ne? Also, da ins Wasser kann ich halt in keinster Weise, Mann. Ey, ich kann jetzt nicht schon eine Münze übersehen haben. Das geht nicht. Ich bin so Münzen verrückt. Hey, mein Mann. Wann fragt sich, ob die irgendwas markieren da, die Dinger? Okay, da muss ich hoch, also kann ich auch den kotze Typen hier mitnehmen Alter, mit dem Magnet ist doch geil Wir können uns ganz viele Tunikums kaufen, Leute Tunikas Tono Monotono Ne, krass da aus, ne, keine Münze hier Wo sind die Münzen, Mann? Schau Was soll ich denn jetzt mit so einer Bombe? Oh, okay Münze Nummer 3, what? Münze Nummer 3 Hä, wo habe ich Münze? Wo? Muss ich doch ins Wasser, aber das ist halt Strom, da gehe ich nicht rein Wie kann das sein? Hier wird alles verpasst Oh, Gott, Gott, Gott Oh, Gott! Na gut, wir haben später noch viel zum Backwacken Ja, hey, ho! Ist das wohl Geheimgang? Ne Ist auch kein Geheimgang Ey Na, oh, ja, der olle Typen, der wäre so weit vorrast Dass die, dass die, dass die ollen Geister, die dann immer so enttäuscht sind Oh, nervig, oh! Als ob die Geister fair wären Da ist die Münze gewesen, ich habe sie gesehen Moment Richtig fies, da ist eine Münze Ja Oh, Alter Nein, da ist so ein Vieh Lely So, dass ich jetzt eigentlich ein Vieh benutzen hätte, um da hochzuspringen Du bist Ah, oh, ho, ho Ah, oh, ho Ah, oh Oh, oh